Olaf Scholz wurde ausgebuhnt auf offener Bühne. Was meint ihr, wo wir gewesen sind? Im wunderschönen Dresden, in Sachsen. Der Wahlkampfauftakt der SPD. Ein reines Desaster, ein reines Fiasko. Viel mehr gegen Demonstranten als SPD-Parteimitglieder oder Interessierte. Dafür auch Dutzende Scharfschützen, eine Spezialeinheit und viel heiße Luft von Olaf. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Olaf Scholz hat es wirklich gewagt, als Bundeskanzler der Verliererpartei den Wahlkampfauftakt der SPD für den Landtagswahlkampf in Sachsen persönlich zu besuchen in Dresden. Wir haben exklusive Videoaufnahmen, dass er während seiner gesamten Redezeit durchgehend ausgebucht worden ist. Sie sind am Olaf Scholz. Hau ab! 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 Wunderschöne Bilder, wenn ihr mich fragt. Aber er hat am Anfang die Gegendemonstranten auch noch sarkastisch als Fanblock begrüßt. Er versteht gar nicht, dass er in Sachsen eine Persona non grata ist. Niemand möchte ihn dort haben. Niemand braucht ihn. Die Verräterpartei SPD, sie steht dort bei 7%. Sie muss darum bangen, überhaupt in den Sächsischen Landtag einzuziehen. Olaf Scholz sagt aber, er möchte eine starke SPD im Sächsischen Landtag. Das glaubt er halt leider wirklich. Es ist phänomenal, auch was er dann zu den Leuten in Dresden gesagt hat. Das zeugt von seiner Arroganz, von seiner Abgehobenheit und von seinem Unverständnis für die Probleme in Ostdeutschland. Er hat zuallererst mal die Ukraine-Hilfen verteidigt. Da ist er im Osten immer an der falschen Stelle. Dort sollte er dieses Thema möglichst lange umschiffen und es nicht zu konkret werden lassen. Denn das ist genau das, was die Sachsen nicht hören wollen und vor allem nicht bezahlen wollen. Danach ist er dann direkt auf die E-Autos eingegangen. Und warum man denn bei den E-Auto-Käufen nicht so zögerlich sein sollte? Genau, weil das auch das Hauptanliegen der Sachsen bei dieser Landtagswahl ist. Dieser Mann, sorry, so jenseits von Gut und Böse. Da lebt ja Joe Biden in einer besseren Realität als Olaf Scholz. Dann verteidigt er klar steigende Mindestlöhne. Denn nur die steigenden Löhne sind dafür verantwortlich, dass es den Ostdeutschen besser geht. Anstatt dass man hingeht, dass der Staat seine Ausgaben reduziert. Vor allem für die, die noch nie eingezahlt haben. Damit für die, die einzahlen, die Beiträge mal etwas sinken können. Da hätte auch der Ostdeutsche was davon. Egal, ob sein Lohn gestiegen ist oder nicht. Die Quote der Sozialabgaben, sie ist wahnsinnig hoch in diesem Land. Jeder bekommt Leistungen geschenkt, hinterhergeworfen. Mit abstrusesten Erklärungen darf hier jeder dann alles machen. Wenn ich aber zum Facharzt will, ich bin gesetzlich krankenversichert. Ich warte manchmal ziemlich lange auf einen Termin. Wohlgemerkt, ich zahle 1080 Euro im Monat Beitrag an diesen Schwachsinnsverein. Aber ob privatversichert oder nicht, so viel besser ist es am Ende nicht. Aber Olaf Scholz, es ist der Wahnsinn. Er wurde dann hier auch begleitet von einem enormen Sicherheitsaufgebot. Ihr wisst, ich wohne in Berlin. Ihr wisst, ich habe im Bundestag schon gearbeitet, jahrelang. Ich kenne diese ganzen Kolonnen der Politiker, die ganze Absicherung der SGF2-Gruppe des BKA und so weiter, wie das alles funktioniert. Ich kenne auch die schwarzen Busse, die hinter den ganzen Kolonnen herfahren. Das sind die Sondereinsatzkommandos. Wir wissen gar nicht so genau, welche Kommandos das meistens sind, denn normalerweise steigen sie nie aus ihrem Fahrzeug aus. Hier, Weichreiter war in Dresden wieder vor Ort. Ich grüße dich. Er hat sie gefilmt, wie sie Pause gemacht haben. Ich weiß nicht, ob die Klimaanlage einfach kaputt war. Aber die sächsischen Kollegen vom LKA, das waren die Scharfschützen auf den Dächern. Dann hatten wir die 229 Polizisten unten bei der Veranstaltung. Und das, was ihr da seht, das ist die GSG 9. Ja, die GSG 9, die hat ja seit 2019 einen Außenstandort in Berlin. Wer hätte es gedacht? Für eine schnelle Einsatzeinheit Berlin. Wer hätte es gedacht? Sie kommt in Berlin eher selten zum Einsatz, meistens nur bei Clan-Aktivitäten. Aber sie wird vorrangig dafür genutzt, politisches Personal zu schützen. Vor allem wird sie immer dazu eingesetzt, Staatsbesuche abzusichern. Das Lustige daran ist, die Kompetenzverteilung des Ganzen, wenn jetzt in Dresden ein Vorfall passiert wäre, und dort steht die GSG 9, darf sie eigentlich gar nicht tätig werden, denn sie ist ja Bundespolizei. Also müsste erst die sächsische Landespolizei ein formales Ersuchen stellen an die Bundespolizei, um in Amtshilfe tätig zu werden. Diese Bundespolizei, der GSG 9, ist dann Frau Faeser dem BMI unterstellt. Und da Olaf Scholz der Kanzler ist und die Richtlinienkompetenz als Kanzler ausüben kann, kann er direkt die GSG 9-Truppe vor Ort in den Einsatz verordern. Aber seltene Bilder, man sieht sie eigentlich so gut wie nie. Die Wagen, sie sind voll verspiegelt, also teilweise sogar vorne die Frontscheiben sind getönt, was eigentlich nicht erlaubt ist, aber sie tun das einfach immer. Ganz oft fährt auch Landeseinsatzkommando mit SEK, MEK, Saarbrücken, Bad Württemberg, alles schon gesehen. Aber hier schwer bewaffnete, hochgepanzerte GSG 9-Soldaten mitten in Dresden zur Absicherung von Olaf Scholz. Ja genau, die Angst, die muss riesengroß sein, aber die Buhrufe und die Gegendemonstranten, sie waren lauter, denn im Osten habt ihr einfach verloren. Und dass du eine starke SPD im Sächsischen Landtag willst, Olaf, das grenzt an Realitätsverweigerung. Aber du hast ja auch eine Regierung mit den Grünen. Da ist das mit der Realitätsverweigerung ja eigentlich quasi Parteiprogramm. Es gibt jetzt hier natürlich auch Ermittlungsverfahren und zwar, es gibt jetzt hier natürlich wieder Ermittlungsverfahren. Wer hätte es gedacht, die 229 Polizeibeamten auf dem Schlossplatz in Dresden, sie haben einen Verstoß gegen das Vereinsverbot festgestellt. Es steht nicht dabei, ob es kompakt ist, aber es würde naheliegen, dass in Dresden jemand mit dem Kompaktshirt bei Olaf Scholz war und hier erwischt wurde. Ein 59-Jähriger Deutscher, wie sie Deutscher gleich dazuschreiben, weil sie mal wieder zeigen wollen, hier, ihr könnt euch nicht an das Vereinsverbot halten. Und ein zweites Strafverfahren gegen auch einen 36-Jährigen Deutschen, wie sie immer betonen, einen Deutschen wegen Beleidigung. Ja, Olaf, du Gurke, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber da wird es noch mehr als die eine Beleidigung gegeben haben. In Sachsen, im Osten geht die Sonne auf. Ich hoffe, ihr wählt richtig im September. Ich bin gespannt, was die etablierten Parteien daraus machen. Es wird dann ihr letzter Kampf- und Kraftakt sein, als Einheitspartei geschlossen gegen die AfD in Sachsen aufzutreten. Und danach sind die Wege quasi frei für eine absolute Mehrheit der AfD. Und dann wird es leider gefährlich, denn niemand sollte allein regieren. Jeder braucht ein Korrektiv, nicht unbedingt mit C, mit K ist auch in Ordnung. Aber die AfD, niemand möchte mit ihr regieren. Das ist schade, denn das könnte endlich mal für Veränderung sorgen. Oder eben den Deutschen zeigen, dass das Regieren der AfD das gleiche Ergebnis bringt, wie das Regieren der Altparteien. Denn eins steht fest, alle Parteien haben uns verraten, wenn sie an die Macht gekommen sind. Keine ist davon ausgenommen. Ob die AfD davon verschont bleibt, wissen wir erst, wenn wir sie in Verantwortung geschickt haben. Ob sie dann genauso umfallen wie alle anderen. Es gibt keinen rationalen Grund, warum sie nicht genauso handeln sollten wie alle Parteien vor ihr. Am Anfang ist man ideologisch, ideell veranlagt und sagt immer das Gute. Wenn man dann aber an den Hebeln der Macht sitzt, dann fällt man um, wie bisher alle umgefallen sind. Das ist Sinn und Zweck dieses Systems. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Kommst du aus Sachsen, supporte das Video mal bei den Sachsen und boot ihn aus bei jeder Veranstaltung, wo er kommt. Das hat er nicht anders da verdient. Der schlechteste Kanzler aller Zeiten seit Gründung der Bundesrepublik, Olaf Scholz. Er hat fertig, er weiß es nicht. Dasselbe wie Joe Biden, der hat genauso fertig. Abonniere den Kanal, abonniere X oder Telegram. Kommentiere dieses Video, ansonsten sage ich ciao. Bis bald.